In den dunklen Tiefen des Meeres, wo die Sonne niemals hingelangt, existiert eine faszinierende Kreatur, die Vulkanschnecke, in einer Welt, in der Temperaturen bis zu 750 Grad Fahrenheit erreichen können, trotz dieser Schnecke den Extremen. Ihr Gehäuse, bestehend aus Eisen, ist ein wahres Wunder der Evolution. An den hydrothermalen Quellen, wo das Wasser kocht und der Druck erdrückend ist, findet sie ihre Heimat. Mit einer faszinierenden Anpassungsfähigkeit zeigt die Vulkanschnecke uns eine Welt, die weit jenseits unserer Vorstellungskraft liegt.